moin meine aktiven freunde und herzlich willkommen heute noch mal zu einer runde higher und lower das game macht süchtig vor einigen wenn man scheiße da drin ist und nicht ein highscore hinbekommt und ihr so gefühlt jeder zweite abonnent besser in dem spiel ist als man selber wahrscheinlich bin ich zu dumm dafür man weiß es nicht genau dem einen oder anderen ist vielleicht jetzt gerade schon aufgefallen dass die facecam qualität ein wenig besser ist ich habe keinen bock mehr auf diese 08 15 webcam qualität muss ich gestehen wir haben eine fresse soll es auch in 60 fps geben nur abgehoben und deswegen habe ich jetzt mal meine kamera hier aufgestellt auch schon im internet geschaut ob ich die kamera irgendwie als webcam anschließen kann aber irgendwie finde ich da nichts ich glaube nur mit nikon oder so geht das auf jeden fall nicht mit einer sony kamera und wir spielen noch mal eine runde higher lower und heute breche ich den rekord für mehr higher lower lassen daumen nach oben da freunde und ich würde sagen let's go big bang theory oder roadrunner ich würde es sagen roadrunner wurde weniger gegoogelt ja da haben wir doch schon mal die erste richtige antwort also ich weiß nicht was das für ein festival ist ich sage aber mal mehr das wahrscheinlich zum drogenfest das war nur der aufwärmtest badweiser oder leonardo da vinci leonardo da vinci mehr so french bulldog hier ich würde sagen weniger aber heftig dass so ein hund eine millionen mal gegogelt worden ist w tf ja hier würde ich sagen weniger gegogelt jawohl nice one der rekord der rekord muss gebrochen werden baum fällen oder so glaube ich heißt das ich würde sagen mehr paypal wird 30 millionen mal gegoogelt naja da brauche ich nicht lange überlegen weniger so eigentlich wir müssen heute durchdrehen apple watch wort glaube ich eine millionen mal gegoogelt drei millionen saudi arabien wurde natürlich weniger geholt ist klar so kommt schon world fargo und glaube ich war eine bank und wort mehr gegoogelt 16 millionen mal kann auch sein der kirche sie weiß ich war ein madrid glaube ich wurde 13 millionen mal gleich viel glücker hip hop traurigerweise wahrscheinlich weniger oder lächerlich rose boron wort weniger gegoogelt ja wohl leistiger nice lebron james wort mehr gegoogelt jawohl dicker easy weniger hallo weniger das nächste muss ja mehr sein cannabis wollen natürlich mehr gegoogelt ist klar der geist sind wir hier schon zweistellig spirited away was ist das irgendwie oder so ich weiß nicht weniger bitte weniger es wäre so schön wenn es weniger ist jawohl natürlich gewusst ist klar exchange rate weniger der ganze game macht spaß aber es frustriert auch es frustriert so hardcore kommen eine runde gehen noch sie wird auch aus oder clash of clans clash of clans mehr gegoogelt 11 millionen mal ein spiel he's waiting war natürlich weniger gegoogelt so kommt schon jetzt test labor mehr gegoogelt jawohl haben wir auch schon mal obsessive compulsive disorder das ist diese zwangsstörungen sauer zu machen wird weniger gegoogelt aber krass trotzdem 90.000 leute candy west war natürlich wesentlich mehr gegoogelt so spongebob war spongebob squarepants weniger homeland ist natürlich ein film aber ich weiß wie aktuell der ist ich würde sagen weniger hey mann so mcdonald ist natürlich mehr gegoogelt worden das ist klar candy crush saga weniger gleich viel ok ok homer city bombing weniger so weiter geht es hier kommt schon alter brasil wurde mehr gegoogelt ja obwohl es geht so ebay war natürlich auch mehr gegoogelt ist klar cello wurde weniger cello und abdi oder david beckham wird mehr gegoogelt ich mache versuche jetzt schnell schnelle welle zu machen tauchen weniger chanel wort mehr gegoogelt 1,5 millionen kommt schon digga house of cards das weiß ich jetzt nicht aus of cards muss eigentlich mehr gut worden sein jawohl nice one digga harry potter mehr obwohl digga wir haben lauf coffee shop weniger digga läuft gut läuft gut gut welder was ist das denn ich sag weniger ich weiß nicht was es ist jawohl glück gehabt nice one regime for a dream ist ein legendärer film also wirklich ein krasser film ist auch schon aber ist aber sehr alt das ist jetzt schwierig wird ihn gönnen deswegen sage ich mehr jawohl nice heftiger film wer den noch nicht gesehen hat ist zwar ein psycho film keine frage ist wirklich ein psycho film aber ein geiler film missing persons ich würde sagen das wird weniger jawohl digga wir haben guten lauf penis wird wohl mehr gegoogelt traurigerweise als missing persons ja 2,2 millionen war da irgendjemand penis gegoogelt das ist schwierig penis oder coca cola penis hat jeder cola ist eine weltmarke schwierig das ist echt fies ich würde sagen cola weniger oder mehr 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 was ganz ehrlich was soll ich da machen scheiß drauf weiter dem sinne sage ich einfach wieder schauen bis zum nächsten mal reingehauen